Und damit ein herzliches Kommen. Willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16. Denk mal dran, dass wir dann in der Pause mal stoppen. Okay, danke. Ich finde das eine tolle Kooperation mit dir. Bin ich zufrieden. Ja, unser Team haben wir in der letzten Folge noch zusammengestellt, ganz schnell. Passt schon. Oh, Alter, warum finden wir heute so schnell Gegner? Ist ja mal selten. Ein ganz seltenes Bild. Ja, wir nehmen Schwarz. Schubbel 20. Wir spielen gegen Schubbel 20. Oh, Modest, Hunderlag, Götze, Kostic, Verinha, Höwedes, Toprak, Piszczek, Ter Stegen, Rodriguez. Ter Stegen sagt alles, ein Tor. Ter Stegen sagt alles, ein Tor. Ja. Ja. Nichts. Modest. Und Götze, ja, Modest hat bei uns einige Tore. Ne, Hunderlag kann nicht. Hunderlag kann nichts, aber Modest hat bei uns schon einige Tore erschossen. Guck mal. 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 Ja. Gut, dies das versuchst du da guck wo die Spieler stehen und guck mich wohl wo dein Spieler denen nicht kriegen kannst du ist kommt daran kommt daran ein bisschen verschätzt und wenn du so über der Kanzler der hat auch lange was nach vorne nach hinten nach vorne nach hinten abseits alles klar das hat Martin es gesehen Polen hat die Linie im Blick Mann Schürrle wäre durch gewesen auch Müller gegen heißt es heute noch muss ich beide schon wieder selbst aus aber wie sie sich ausmögen auch gut in der Medien wie jetzt wo wir einmal warum nicht um einmal um einmal nicht um jetzt mal wieder nicht um es ist eine logik doch dann besser nicht unten durch flutschen lassen der Klaas hat die Ball der Klaas hat die Ball verloren mit aller Macht sondern der Ball ins Tor das Wort Stärkung gut jetzt ist die Verstärkung die Spieler wieder standen Ruhl und der der war schlecht die die auch kein Volk und ich die Verkaufel und dann das ist die Dantel-Leute-Dantel-Sort Dantel was machst du mit dem Fall zu früh gedrückt Danke Schiri Danke aber wie es einer der was heißt der Klopp schon bekommt vor dem Fall auch man abgefällt Robbüller mal mit dem Abschluss ich war fast angewiesen mit ich dachte du hast ihn schon ein wer muss ein Stückchen weiter auch gut um schön nachsetzen ja gut nachsetzen doch Müller ins Müllers Lauf ganz ehrlich wieso Müller warum musst du da so sinnlos rumstehen na schon hat ihn den verliert Götze erfolgreich jetzt ist auch dort Rundfacher Rundfacher auch guck doch mal an jetzt los doch mal mitglied auch hätten überlegen können auch dritte 3 ich hab' nicht hab' nicht hab' ich hab' ihn alles gut ich hab' ihn aber hallo und die bild was täglichen doch niemand da kommt dann ohne an die das ist auch wieder der beste viel passen wenn dann schlagt die Bälle weit raus also auch du hast nicht mein Gott hier wirst du nicht was du machen muss als erstes erst hat dann dann verlieren sie wieder alle gehen ach ach alter Aube erst so massiv antäuschend dass du den Ball so sicher kriegst und dann steht er so richtig Asi da und hat nicht mal eine Chance zum Laufen ganz ehrlich soll auch nach Hause gehen schon wieder ich glaube einfach nach hinten ich wusste dass es kommt und das wollte ich nicht verbrühten Kötze und ich hab' nicht geklebt und dabei habe ich die und das war nicht jetzt war das ein Foul oder was oh glück ganz viel glück ganz viel glück dass sich Baumann auch nicht blockiert hätte aber den hat er nicht weil Baumann rausrückt aber der Wälder Raum ausrückt und dann wieder zurück mit wie er hat die Argument jetzt ist wieder ein Foul hä wie jetzt ist sie mich verarschen das ist auch Fake Alter wie geht hierüber hierüber hier ist jemand an immer immer bis zu der Keeper ein kommen kann ja nicht wahr sein Köpfe da kriegt er den Ball wieder zugespielt ach lange oh ich dachte grad ach Müller was versuchst du du klopfst da mit deiner Nase den Ball weg Alter der macht ihn nicht komm du rüber das wird zu schnell oh schöner Treffer schöner Treffer schöner Treffer das macht Bender mal gut schön rübergelegt und dann macht er ihn sicher gegen das Ding sehr schön und dann hat die noch 50 50 gehabt den krieg da nicht mehr da läuft schon wieder wie bekloppt er wieder aus weil er die offensiv hat will oder was erklärt noch und es ist halbzeit ganz ruhig gefährlich was wir zusammen spielen habe ich das Gefühl das ist ein bisschen gefährlich was er dort zusammenspielen es bereitet mir Sorgen es bereitet mir große große Sorgen ich bin sogar mensch ist das oh kaka weil wir sie nicht auf der kleine Mann was auswirken kann jetzt ja der war ein Schlinger zu wie wir werden so schön was so schön da oben die ganze Zeit das war so genial durchlaufen der die Mauser klären wir mal gut ja alles das finde ich das finde ich sehr gut das ist sehr schlecht von dir sehr schlecht der ist durch nach ich wusste das dass er das fabrizieren will und der Köpf nicht komplett der 1 1 aber macht ihn sogar noch fast baumann hat ihn sicher ein großes durcheinander oh tiago klärt zum dritten mal keiner wieder nein ja alter tiago hat zum dritten mal auf der linie geklärt in diesem spiel das ist mit diesem jungen lose der ist ja genial der hält uns dicht oh sehr nice ja schön durchgesetzt sehr gut durchgesetzt so schön klein alles gespielt jawohl pass mal die Bälle auch selber zu manchmal das war ich ich wollte nicht ich dachte du bist das locker souverän ich war da sicher rot warum man ihn jetzt wegschlagen na gut weil obermean Köpfen den Ball wieder bekommt ja nein wir müssen das um wieso nein das ist falsch das war das war schlecht das war ja ja nein nicht gut also nicht du also der PC der den Ball heraus schlägt Mann 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 das darf nicht sein auch jetzt pfeift der Elfmeter nein es gibt nur Freistoß nein Entschuldigung du Idiot guck sie dir an standen ja auch alle da naja das ist doch unser das ist doch die Kinder war das und doch etwas zu müssen so gut was steht rutsch so die wollen die wir haben die Rekke der war gerade deprimiert ich sehe doch das oberen laufen wird der das umblut heute weiter was für eine geile flanke was für eine geile flanke von dem du flanst hier selber ein ball zu warum muss das so geregelt sein dribbelt sich da in rund jetzt hat er ein faun wie ziemlich verarschen das ist ein dreckiger alter witz und verarschen wieso wie ist er wie ich das plane der wartet bis an den ball bekommen ganz ruhig ganz ruhig damit die ganz ruhig die damit die jahre hochschulen aber wenn er durchgekommen wäre das genial gewesen aber guck sie an müller hat den beispiel wieder sicher und schick doch mehr nicht schule verliert ihn nicht der schule drängen hinweg bandel verliert ihn nicht ja aber dafür tiago nicht das ist das ein spiel ballverlust 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 bei gewinnen mal wieder das ist ein hundertprozentige chance und auch immer war der ball weit von dir 20 meter weit entfernt ja schulde das patente zu denen die mannschaft drückt nach die mannschaft drückt nach ist doch ein herrliches bild er hat noch klar war ich mich rein wir dürfen wir dürfen auch wenn sie zu seite spielen wollen wollen mann aus wie mann es ist schon fraglich was die plan noch mal kompletten offensiv wechsel ruhig zu schönen offensiv wechseln wir machen auch guck mal reis der eingewechselte reis hat die chance zum 2 zu 0 und der macht sie nicht ist doch bescheuert du bist doch nicht ganz aber mache ihn doch einfach locker einfacher muss man machen können reis 2 0 das ist das ist typisch reuss mal wieder ich will den ball haben ich will den ball haben er kriegt den ball da hinten dann läuft dann wieder Kilometer damit jetzt immer schule wird abgeräumt so hat er das ein kleines kind wert so spielt der fußballer guck sie an guck sie an der hat jetzt vorteil der jetzt ganz viel vorteil er kriegt ihn auf meter oder das 2 1 1 er kriegt kein er kriegt man eckert okay das sie haben die bei uns der hatte bei uns ist sie gut rausgeholt der junge ein damit zu nicht verarschen alle ziehen so richtig schlau naja sehr gut und schöner Ball mal für eine Erklärung auch wenn er freigegangen wird bei der Kuhmann und sind nur jetzt noch aufpassen Monaco wird so ein bisschen aufpassen jawohl alter Lewandowski mit Ginter ihr seid doch nicht ganz sauber jawohl Ginter da müsste jemand laufen niemand läuft die kennen das vom Laufen schon wieder nicht guck sie an was Ginter macht öffneter kein öffneter oh mein gott was war denn das für ein krasser sieg alter baumann schon wieder spieler des tages das ist unverschämmer wir brauchen jetzt schon spieler des tages war total gott z also das war jetzt schon ein match 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 guck mal 150 mal gewonnen 50 mal unentschieden die Niederlagen die gucken wir mal gucken wir mal hin zu war weg die sind egal die sind ganz egal die sind ganz egal die sind ganz egal die sind ganz egal die sind auch super talent naja wir müssen heute darüber spielen lassen warum weiß was hatten der so großartiges gemacht dass er so eine schlechte fitness hat das reicht schon bei dem so schick so courtes auch ganz links so jetzt packen wir mal den mitte mal lieber längst da drüben na gut wir könnten ja mach warte mal lassen wir anders machen das mal kostet auch drüben spiel wenn wir gehen eb bei kostet kurze geholfen lm aber nur die in Form kostet auch ein bisschen Geld na mein lieben Freunde wir bedanken uns bei euch recht hat das ja sehr schön ablasst leichter wenn euch die folge gefallen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Part wieder von hier 16 ultimate team bis dahin ciao